Jetzt war es so und so kam die Idee, ein Manifest für Frieden zu schreiben, was wir dann auch zusammen getan haben. Dann haben wir ganz viele Leute gefragt, dass sie das unterschreiben. Ja, das Ergebnis kennt ihr alle, aber wir wollten eben auch nicht nur ein Manifest schreiben, sondern wir haben gesagt, das muss auch auf die Straße. Die Friedensbewegung muss wieder auf die Straße. Und so kam die Idee zu dieser Kultusgabe. Ja, genau, nicht nur heute. Das ist doch ganz klar der Anfang einer Bürgerbewegung. Und da kann man nur hoffen, dass die Medien und die Politiker, die Politikerinnen auch bitte, das begreifen. Also Sarah hat gerade gesagt, dieses Manifest haben wir ja zusammen verbrochen. Und Corinna Kirchhoff, die viele von euch kennen, Schauspielerin, wird es lesen.